So, zurück sind wir. Können wir die neue Waffe testen? Bei... Half-Life 2, so heißt das Spiel. Mit Möwen. Sind wir irgendwo an... Es ist so ruhig. Dafür, dass wir gerade angegriffen wurden. Kopf, Schuss. Wo ist denn noch einer? Noch einer? Will noch wer? Wer hat noch nicht? Gut. Was ist das? Eine Roboterhand. Wenn es nur eine Roboterhand ist. Alles gut. Hast du was für mich? Hi. Mein Gott. Oh, jetzt habe ich dieses doofe Lied im Kopf. Ich habe gerade keine Musik gehört. Obwohl, doch habe ich. Aber nicht das Lied, was ich jetzt im Kopf habe. Es stand einfach auf dem Autodach. Na, auf dem Autodach ist gut gesagt. Auf dem Motorrad. Oh, oh, oh! Oh, 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 oh. Ich werde wieder zur Eule. Wo schießt denn noch jemand? Hä? Hier drin? Hier drin? Da sind ja noch mehr. Na, wie viel habe ich erledigt? Komm jetzt her. Winston ist verletzt. Wer ist Winston? Wait for me. Ich möchte eben einmal hier auslooten. Voll. Okay. Wir haben eine neue Waffe. Und ich stehe uns eigentlich gar nicht so doof an, muss ich behaupten. Dafür, dass ich fünf Jahre jetzt nicht gespielt. Kommt er nicht vorbei. Nimmt er überhaupt den Ton vom Spiel auf? Ich sehe nichts. Ja, tut er. Sehr gut. Sehr gut. So, wer ist Winston? Und wollt ihr mir schaden? Nee, lass uns los. Ja, ich bin's. Wie hast du das nur geschafft? Ja, das weiß ich auch nicht. Wir haben Meldungen von Alex erhalten. Mal sehen, ob sie zu erreichen ist. Alex. Ja, ja, ich komme. Lass mich nur eben die Herren auslooten hier, ja? Nee, aber die haben nichts für mich. Nicht so als sehr wichtig, aber trotzdem. Ja, ich komme. Nächstes können die Kisten hier explodieren. Gab es nicht das im ersten Teil? Gut, ich komme. I'm ready. Leon hier, alles klar hier. Und ich habe Gordon Freeman. Ihr müsst das nicht immer preisgeben. Dr. Freeman, ehrlich? Ja. Ich habe mit Alex gesprochen. Gut. Und was sagt sie? Hier drüben, Dr. Freeman. Irgendwer nicht getötet wurde? Der Land ist für die Befreiung unverzichtbar. Ja. Ich passe nicht durch diese Tür. Alex, hier ist Leon. Ich habe Gordon Freeman bei mir. Mhm. Hi. Kriege ich diese Waffe da? Dankeschön. Ja. Ich bin da durchgegangen. Es war grauenhaft. Es war grauenhaft. Ja, toll. Oh nein. Oh nein. Hast du noch den Scoutwagen, den wir letzten Sommer dort ließen? Den, der mit der Taunkanone geschickt ist. Jawohl. Gute Idee. Moment nochmal. Oh nein. Bring den Buggy sofort zum Dock. Gordon Freeman wird ihn fahren. Ja, ich habe gerade noch einen Munitionsbehälter angebracht. Gutes Timing. Okay, Alex. Wir sind bereit. Danke, Leon. Gordon, ich war seit mehr als einem Jahr nicht mehr auf der Küstenstraße. Dürfte aber immer noch unsicher sein. Wahrscheinlich. Ich werde nicht im Lades Depot sein. Pass auf dich auf. Muss ich ja wohl. Auf nimmer Wiedersehen. Gerade erlegt. Ein was Behälter? Mun? Achso. Wenn ich was nehme? Wenn ich was nehme? Highway 17. Wer schießt da? Und warum? Hallo, Dr. Freeman? Ja. Er steht bereit. Gut. Steig ein, dann lass ich dich runter zum Strand. Will man das? Ach, scheiße. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Wie immer geil. Kann mir die Medikits nicht mitnehmen. Der Wagen steht bereit, Dr. Freeman. Ja, ich sehe das. Ich weiß. Ich habe nur keine Lust. Gut. Geht doch. Ja, ich kann fahren. Ein Wunder, nicht? Oh, Gott. Kann ich die Viecher überfahren? Warum ist das so laut auf meinen Ohren? Leiser, nicht lauter. Werde ich gleich unsanft runtergelassen? Oder geht das sanft vonstatten? Nein. Stell den Wagen hin und hau schnell ab. Habe ich vor. Blöde Kuh. Ich weiß zwar nicht, wohin mit mir, aber ist ja egal. Kann ich sie überfahren? Nein. Schade. Wo muss ich denn hin? Aua. Oh, oh, ob ich das schaffe? Ah, nein. Wirklich. Ich hätte es fast geschafft. Aber nur fast. Lasst mich in Ruhr. Ich kann nicht mit Maus lenken hier. Ich muss mit WASD lenken. So, und jetzt Vollgas. So, und jetzt Vollgas. Jetzt aber. Geschafft. Nicht noch einen Sturz, bitte. Ach Mann, das gibt's doch nicht. Ich hänge. Ich hänge. Wo muss ich hin? Muss ich da oben hin? Kann ich da rein? Das war eine Möwe, richtig? Nein, ich will das. Thank you. Warum kann ich mir denn keines decken? Mann. Nehmen wir ihn da und ich bin auch gleich weg. Oh, wow. Eine Kugel. Wie cool. Licht wäre ganz geil. Also, dass ich Licht habe. Ach du, Kacke. Ein Wunder, dass mir nichts passiert. Was ist hier? Nein. Komm, 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 komm. Ach, scheiße. Geht's jetzt? Willst du mich verarschen? Komm. So, die Frau weiß sich selbst zu helfen. Steig ein. Muss ich zu dem Haus da? Man sollte sich auch nicht kratzen, während man gerade rollt. Und man sollte treffen lernen. Ich kann da unten rein. Okay. Ich sehe euch. Ist nichts, als würde ich euch nicht sehen, ihr Bitches. Einer ist tot. Ich habe gleich keine Muni mehr. Bleib, wo du bist. Betrauer mal wegen deinem Freund. Ist mir egal. Ich höre wen. Ja, genau dich, habe ich gehört. Noch mehr? Ja. 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 Ja, dann komm her. Ich habe eine Überraschung für dich. Nicht erwischt. Fuck. Ja, komm her, du kleine Bitch. Wo kreuzt du rum? Du bist tot? Ich habe dich gesehen. In dem Kamin da, das ist aber mies. Ich kann sie mir nur hoch, damit ich sie zerstören kann. Ich kann sie nicht hochholen, ich merke es schon. Na, falsche Taste. Ich wollte schießen. Ha! Ausdauerzeit sich aus. Einfach mal warten. Aber da ist noch was. Höre es doch. Ich speichere mal eben. Ich habe Ewigkeit nicht mehr gespeichert. Nicht schon wieder. Okay, er ist tot. Wo ist das kleine Scheiß-Drecksvieh? Wo? Wo bist du? Ich hasse euch. Nein. Ja. Warst du gewesen. Ich hasse euch so sehr. Ich habe keine Angst mehr für euch, wie im ersten Gameplay. Hat sich ausgeangstet. Das ist ja noch so einer. Tot oder nicht mehr lebend? Ja, die Tür geht auf hier. Klar. Wieso nicht? Danke. Bist du jetzt noch am Leben oder nicht mehr? Ich werde es so oder so rausfinden. Nein, du bist nicht mehr am Leben. Gut so. Freiheit? Das ist nur die Tür. Das ist doch ein schlechter Witz. Das ist doch ein schlechter Witz, oder? Muss ich da lang? Ups. Okay, das geht. Versuchen wir es mal. Ja, klappt ja fast. Das ist noch so ein Haus. Oder ist das endlich unsere Final Destination? Warum bist du da drin? Was machst du da? Oh nein. Oh nein. Wo? Das ist die falsche Taste. Da wollte ich. Dann geht's. Jesus. Was ist das? Was ist das? Was war das?